Die Hirten finden das Kind. Tatsächlich standen die Hirten... Fanden? Fanden die Hirten, Josef und Maria und ihrem... Mit ihrem Kind? Mit ihrem Kind. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Alle, die ihren Bericht hörten, waren sehr erstaunt. Nach ihrem Besuch kehrten die Hirten auf das Feld zurück. Sie lobten und dankten Gott für das, was sie in dieser Nacht erlebt hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Genau.